Ich rechne damit, dass 2022 ein großes Demonstrationsjahr wird. Und wir als Opposition werden das nicht nur im Parlament begleiten, wir werden natürlich mit den Menschen auf der Straße sein, wenn es um große gesellschaftliche Probleme geht. Das neue Jahr begann direkt mit einem Paukenschlag hier im Sächsischen Landtag und damit herzlich willkommen zu unserem ersten Video im neuen Jahr hier. Herr Obern, Sachsen hatte die härtesten Einschränkungen, was die Versammlungsfreiheit angeht. Und das scheint jetzt gekippt zu sein. Wie kam das jetzt auf einmal so schnell? Sachsen hat eine extreme Einschränkung der Versammlungsfreiheit, nämlich auf zehn Personen. Damit ist das Demonstrations- und Versammlungsrecht quasi ausgehebelt. Eine Versammlung von zehn Personen ist keine ordentliche politische Versammlung. Und das hat zu großen Problemen in Sachsen geführt. Wir haben sehr, sehr viele Spaziergänge gehabt, wo Leute einfach gesagt haben, wir müssen hier irgendwie auf die Straße sein. Spazieren wir eben, wenn wir nicht demonstrieren dürfen. Viele Konfrontationen mit der Polizei, zum Teil gewalttätige Konfrontationen mit der Polizei, das wollten wir beenden. Wir haben deshalb als AfD-Fraktion von unserem Recht Gebrauch gemacht, den Landtag in einer Sondersitzung zusammenzurufen, um diese Frage zu klären, also um der Staatsregierung den Auftrag mitzugeben, die Verordnung so zu ändern, dass wieder ordentlich demonstriert werden kann. Und das war der Aufschlag für dieses Jahr. Es war ein Paukenschlag, weil natürlich ganz Sachsen inzwischen von Spaziergängen überzogen ist, weil die Leute mit diesem Problem konfrontiert sind. Und offensichtlich haben wir auch was bewirkt. Es ist zwar nicht unserem Antrag zugestimmt worden, Das Sonderplanung war ja am Mittwoch gewesen, ne? Das Sonderplanung war am Mittwoch. Und schon am Abend des Mittwochs hat dann der Innenminister gesagt, man plant, die Teilnehmerzahl auf 1.000 zu erhöhen. Und mit 1.000 sind natürlich die meisten Versammlungen, die jetzt in vielen sächsischen Städten stattfinden, problemlos möglich. Damit ist zumindest die Konfrontation mit der Polizei dann hoffentlich auch bald erledigt und nicht mehr notwendig. Dann hätten doch aber die Fraktionen der jeweiligen Parteien ihrem Antrag schon Mittwoch, Vormittag zustimmen können. Da wäre das doch eigentlich alles in einem Fluss gewesen, theoretisch. Ja, wenn man sozusagen vernünftig auch als Bürgerrepräsentanten im Landtag arbeiten würde, hätte das stattfinden müssen. Leider ist das nicht so. Es wird immer Parteipolitik gemacht. Und selbstverständlich will die CDU oder auch Inne Linke, KM-AfD-Antrag zustimmen. Man spricht dann zwar davon, dass im Grunde genommen das nicht gut ist mit der Einschränkung und der Konfrontation Bürger-Polizei. Aber die AfD darf nicht Recht haben. Und dann wird natürlich auch so ein Antrag weggewischt und gesagt, nee, sie wollen ja bloß hier die Leute aufhetzen mit sowas. Und also die übliche Argumentation, die wir schon kennen. Im Grunde genommen haben uns viele Parteien Recht gegeben. Die Grünen haben uns Recht gegeben. Die Linke auch teilweise, weil sie natürlich sehen, dass ihre eigenen, sage ich mal, Demonstranten natürlich auch nicht demonstrieren können. Ob das immer gut ist. Bei der Antifa kann man manchmal ganz froh sein, wenn sie nicht demonstrieren können. Aber da gibt es natürlich auch Eigeninteressen. Und ich sage mal so, ich bin da auch Demokrat genug, um zu sagen, egal ob jemand für linke gesellschaftliche Vorstellungen demonstriert oder für bürgerliche, die haben alle das Recht zu demonstrieren. Und das ist ein so hohes Gut für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, dass man das nicht ohne Not einschränken darf. Und das wurde eben, sage ich mal, ohne Not eingeschränkt, weil natürlich inzwischen allgemein bekannt ist, dass das Infektionsgeschehen im Freien gegen Null geht. Also das bestätigen ja auch Wissenschaftler regelmäßig, dass man sich auf der Straße an der frischen Luft so gut wie gar nicht anstecken kann. Und deswegen ist diese Einschränkung grundgesetzlich aus unserer Sicht und offensichtlich haben wir ja auch ein bisschen was ins Rollen gebracht. Nun ging ja dem Kippen der 10-Mann-Regelung, was jetzt wahrscheinlich den nächsten Tag kommen wird, Sachsenweit monatelange Demonstrationen voraus, wo ja tausende Bürger auf die Straße gegangen sind, von Görlitz bis Plauen. Was denken Sie, wie hoch der Anteil der Demonstrationen war, dass jetzt diese Regelung gekippt wurde, nachdem auch die Polizeigewerkschaft gesagt hat, dass die das nicht mehr ausbaden wollen, diese merkwürdige Regelung, dass es so beschränkt ist. Was haben die Spaziergänger dazu beigetragen? Also ich glaube, dass die Spaziergänger da einen ganz großen Anteil mit haben, weil die Strategie der Regierung Kretschmer ist ja gewesen, durch diese Konfrontation und Eskalation den Leuten das Demonstrieren auszutreiben. Herr Kretschmer hat ja selber zu Beginn gesagt, die Polizei ist viel zu zurückhaltend, die müssen viel härter durchgreifen. Er hat Demonstrationen, die dann von Landkreisen, Landkreis Bautzen hatte der Landrat in eine Demonstration mit 300 Teilnehmern genehmigt. Auch dort hat er seinen Landrat gerügt, also er wollte die Konfrontation, er wollte es ganz hart und streng haben, in der Hoffnung sicherlich, dass die Demonstrationen dann aufhören. Auch die Stigmatisierung der Demonstranten als Rechtsextreme, zum Teil als Nazis, als Gewalttäter, ganz beabsichtigt, um den Menschen sozusagen die Lust am Demonstrieren zu nehmen. Hat nicht geklappt. Es sind in Dutzenden sächsischen Städten regelmäßig Spaziergänger unterwegs gewesen und damit hat wahrscheinlich die Regierung nicht gerechnet. Und jetzt ist sie eingeknickt, weil sie natürlich doch Angst kriegt mittlerweile, dass eben ein sehr breites Publikum eben auch sehr bürgerlich, junge, alte, zum Teil mit Kinderwagen auf der Straße sind. Sie haben es nicht eindämmen können und jetzt knicken sie ein. Und das ist auch gut so, weil die Demonstrationen gehören halt zu unserer politischen Debatte dazu. Die wollen wir haben und wir haben sie jetzt durchgesetzt. Also laut Medienberichten verstoßen ja diese Spaziergänger gegen geltendes Recht, gegen die geltenden Corona-Verordnungen. Waren Sie da als Fraktionsvorsitzender bei den Spaziergängen dabei und wenn ja, wo? Ja, also ich bin bei Spaziergang dabei gewesen, zum Beispiel in Bautzen, zum Beispiel in Ottendorfer Griller jetzt kürzlich erst. Und es gibt zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, ich denke, als Volksvertreter sollten wir tatsächlich auch ein Auge darauf haben, was im Land passiert. Also als parlamentarische Beobachter können wir und sollen wir bei solchen Dingen auch dabei sein. Und das zweite ist ja, sage ich mal, es ist eine Grauzone. Die Spaziergänge sind ja im Prinzip, wo der Bürger versucht, das bestehende Recht so zu interpretieren, dass er es noch nutzen kann. Wenn ich spazieren gehe, bin ich per se erstmal nicht zu einer Veranstaltung, zu einer angemeldung. Ich bin alleine unterwegs und wenn auf derselben Straße zum selben Zeitpunkt eben sehr viele Leute spazieren gehen, das ist nicht meine Schuld und das ist eine rechtliche Grauzone, aber darum geht es nicht. Also im Prinzip illustrieren die Spaziergänge sehr deutlich, dass hier irgendwas falsch ist, dass irgendwas nicht funktioniert. Und da sind unsere Parlamentarier und ich natürlich mit dabei, um das vor Ort zu beobachten, was da passiert. Und natürlich auch den Menschen den Rücken zu stärken, die einfach nur für ihr Versammlungsrecht und ihre Meinungsfreiheit auf der Straße sind. Also jetzt absehbar, dass die Zehn-Mann-Begrenzung fällt, dass dann wieder, je nachdem nach welchem Modell, 300 bis eventuell sogar 1.000 Bürger demonstrieren gehen dürfen, legal. Was denken Sie, wird es dann weiter wachsen, die Proteste? Wird es so bleiben? Wie wird sich das entwickeln? Also ich gehe davon aus, dass es wachsen wird, weil die Bürger müssen nicht damit rechnen, dass sie, sage ich mal, mit einem Gummiknüppel von der Straße getrieben werden, dass sie hinterher Strafverfahren, Bußgeldverfahren am Hals haben. Und Corona ist ja noch lange nicht zu Ende. Wir haben die drohende Impfpflicht. Wir haben die Impfpflicht für Pflegeberufe und Heilberufe jetzt schon, also quasi Berufsverbote. Das Problem ist nicht gelöst und das wird die Leute auf die Straße treiben und wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben ganz neben Corona ja noch viele andere Probleme, Migration, Altersarmut, Inflation, Energiepreise, die nicht gelöst sind, die eher größer werden. Also ich rechne damit, dass 2022 ein großes Demonstrationsjahr wird. Und wir als Opposition werden das nicht nur im Parlament begleiten, wir werden natürlich mit den Menschen auf der Straße sein, wenn es um große gesellschaftliche Probleme geht. Buhden Züphi